Jetzt zeige ich sie da oben, indem ich die Faschisten wähle. Dann werden die schon merken, wenn die uns wieder hier geißeln. Was geht in den verransten Köpfen der Leute vor? Aufstand der Enttäuschten. Thüringen und Sachsen mit Wahlen, die ein politisches Erdbeben auslösten. Ich habe die AfD gewählt. Das ist erschreckend, wie viele Prozente die AfD bekommen hat. Das Ergebnis ist eine Katastrophe. Die einen geschockt, die anderen feiern. Im Osten geht die Sonne auf. Das sind Faschisten. Im Osten geht die Sonne auf. Zwei Bundesländer politisch gespalten. Ich will es mir nicht vorstellen, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der Höcke heißt. Wutzone Ost. Die Leute haben sich richtig verarscht vor. Es ist eine Ungerechtigkeit im Gange. Gefrustete Bürger, die die Nase voll haben. Reden Sie jetzt endlich mal miteinander oder verhalten Sie sich weiter wie im Kindergarten. Der Aufstand der Enttäuschten. Ich kann die Kommentare bei diesem Video schon übrigens prognostizieren. Die Einzige, die enttäuscht sind, sind die öffentlich-rechtlichen mit der Lügenpresse des Enttäuschen. Landkreis Greiz 1 in Thüringen. Einen Tag nach der Landtagswahl. Hier hat die AfD die meisten Zweitstimmen geholt. Über 37 Prozent. Im Ort Berger, die Drogerie Berlin. Ladeninhaber Thomas Berlin, der parteilose Ortsteilbürgermeister, frisch gewählt. Er redet gerne über Politik. Siehst du, kaum ist die Wahl vorbei, ist die Bild teurer. Hier im 3000-Seelen-Ort treffen sich alle in seinem Laden, kaufen ein und reden über das Wahlergebnis. Thomas Berlin ist nicht überrascht vom Ausgang der Wahl. Also meiner Meinung nach, und das hört man hier auch in Diskussionen, ist es zum Großteil Protest. Man ist mit der... Jetzt zeige ich es ihnen da oben, indem ich die Faschisten wähle. Und dann werden die schon merken, wenn die uns wieder hier geißeln. Die Regierung total unzufrieden. Egal, ob das ums Flüchtlingsproblem geht, ob das um wirtschaftliche Themen geht. Und ob das die Schule ist, alles, man kann nehmen, was man will. In Deutschland im Moment geht alles den Bach runter. Genau, es geht alles den Bach runter. ... noch bergab. Ja, weil die anderen Pfeifen sind. Die können sie doch vergessen. Alles, was die anpacken, ist doch schiefgegangen. Das ist doch nicht im Sinne von uns Wählern. Alles, was die anpacken, ist schiefgegangen. Das könnte man langfristig auch auf Rechtsextreme setzen. Von uns Menschen. Rente, Armut, Kinderarmut, Schule. Das können sie alles vergessen. Die verwalten das Chaos. Mehr bringen die nicht. Aber Zeit, dass das alles abgeschafft wird. Und da gibt es eine Alternative, ja, oder gab eine Alternative. Und die wurde halt gewählt. Das ist halt so. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Osten dumm ist. Oder dass die Leute alle hier noch den DDR-Schock haben. Das hat alles damit überhaupt nichts zu tun. Vielleicht sind wir politisch aktiver im Denken. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher, ja. Wir, unsere Brüder und Schwestern auf der anderen Seite. Ja, gut. Ja, gut. Es brodelt unter der Kundschaft. Vielen ist der AfD-Erfolg aber auch unheimlich. Das ist erschreckend, wie viele Prozente die AfD bekommen hat. Das ist eben das Schlimme. Das kann Thüringen schaden. Das haben sie ja schon gebracht. Dass viele sagen, ja, das ist zu rechts. Da gehen wir nicht hin. Das ist zu. Alle merken, die Stimmung ist anders. Extremer. Obwohl es vielen gar nicht so schlecht geht. Es ist eine Ungerechtigkeit im Gange, so soll ich mal sagen. Leiden tun wir alle nicht hier. Wir jammern auf hohem Niveau. AfD ist schwierig, kritisch. Aber es muss was anderes werden. Aber was? Was? Hallo. Viele fühlen sich von den etablierten Parteien im Stich gelassen. Nichts. Nichts wird sich zum Besseren entwickeln unter Faschisten. Nichts. Es ist tatsächlich eher gefährlicher. Dass man davon ausgeht, dass es besser wird, wenn man weiß, was die in ihrem Programm stehen haben, ist schon ziemlich absurd. Die Linke hat uns so enttäuscht. Das ist nicht die Partei, die sie mal früher war, wo wir dafür auch gestanden haben, die DDR-Zeiten. Wir hoffen, dass es besser wird. Was bleibt, ist ein diffuses Gefühl, irgendetwas muss sich ändern. Ja, es ist total krass. Es ist total krass, die Abwanderung in Thüringen von der, oder in Sachsen und Thüringen zusammen, von ganz links nach ganz rechts. Das ist wirklich krass. Thomas Berlin macht sich aber wenig Hoffnung. Ich glaube, dass sich da nichts ändern wird. Es wird schwierig sein, die Regierung zu bilden. Und es wird auch darauf hinauslaufen, aus meiner Sicht, dass man sich erstmal kräftig in die Haare kriegt, wer nun was macht und warum und wieso. Ortswechsel in die östliche Ecke der Republik nach Görlitz, eine Kreisstadt, wirtschaftlich eher schwach, direkt an der polnischen Grenze und AfD-Hochburg. Hier holte sie dieses Mal 36 Prozent der Stimmen. Oh, Görlitz, Brudy, nee, Brudy. Die Stimmung zwiespältig. Gastwirt Jörg Daubner, in dritter Generation führt er das Hotel und Restaurant Obermühle. Dass die AfD hier immer so viel Erfolg hat, macht den 38-jährigen Inhaber nachdenklich. Tja. Wir haben oft die letzten paar Jahre damit verbracht, in einer gewissen Katerstimmung aufzuwachen und zu gucken, was eigentlich passiert ist, wie stark die AfD wieder geworden ist. Das war diesmal auch der Fall. Es war etwas absehbarer diesmal, der Schockmoment ist ein bisschen mehr raus, jedenfalls für mich persönlich. Entschuldigung, mein Unwissen, was ist an Camp David problematisch? Gar nicht. Gar nichts. Nichts, dass ich wüsste. Es ist halt nur eine Boomer-Mode. Also, Camp David kenne ich nur von Dieter Bullen und alles so auf Boomer-Mode, weißt du, so auf Boomer, absolute Boomer-Mode. Und jetzt fragen wir uns, wie es quasi weitergehen kann. Im Moment ist sein Restaurant gut besucht. Touristen und Einheimische kommen gerne zum Essen. Aber das Wahlergebnis? Viele machen sich ihre Gedanken. Natürlich bin ich sehr besorgt. Warum wählen Menschen eine Partei, die ganz klar Dinge erzählt, die eigentlich jeden Angst machen sollten. Andererseits verstehe ich, wenn die Menschen stinksauer sind, weil etablierte Parteien seit Jahren furchtbar versagen. Ich persönlich würde es schon als gewissen Imageschaden sehen, dass man auch, wenn man von außen her auf Sachsen guckt und auch auf Thüringen, dass das manche Leute eben nicht so gut finden. auch Jörg Daubner sieht den Ruf Sachsens in Gefahr. Er braucht seine Mitarbeiter. Ohne polnisches Personal läuft nichts. Tja. Sechs seiner Angestellten kommen aus dem Ausland. Tja. Ich denke schon, dass tatsächlich hier auch in der Region ein Fachkraftmangel auch dadurch entstehen wird, dass wir schwer internationale Fachkräfte gewinnen können aufgrund der politischen Situation. Absolut. Du wirst. Die Leute werden sich das zweimal überlegen und das wird allgemein eine langsame, also es wird eine langsame, aber eine sehr beständige Entwicklung sein, besonders weil gerade nach dem Wahlsieg in Sachsen und in Thüringen, wenn man das so nennen kann, der rechtsextremen AfD, das ja auch international berichtet wurde. Das heißt, das steht ja auch in der internationalen Presse und deutsche Informationen in der internationalen Presse zu sehen, ist relativ selten. Wenn da aber drin steht, übrigens, die Faschisten haben wieder in Deutschland mal eine Wahl gewonnen. Hm. Okay. Und die Gäste? Viele fühlen sich unwohl. Wenn Gäste hierher kommen und merken, die Stimmung ist so aufgeladen oder die gehen Montagabend durch die Stadt und sehen Montagsdemonstrationen, dann ist das bedenklich und dafür habe ich Sorge. Ortswechsel Leipzig. Mittendrin Nam Su Nguyen. Er kämpfte für seine Partei, die Linke, die es in diesem Wahlkampf schwer hatte. Jetzt, nach der Wahl, sammelt er Wahlplakate ein. Der 28-jährige Lokalpolitiker hat dabei geschafft, was keiner für möglich hielt. Er hat in seinem Leipziger Kiez das Direktmandat für die Linke gewonnen. Oh, cool. Da mit seiner Partei in den Landtag geholfen. Für viele war es wie ein Film. Also, so viel Energie, so viel Aktivität, das hat was Berauschendes. Zu merken, dass man gemeinsam stärker ist als allein und vereinzelt. Vier Tage vorher hat Nguyen noch um jede Stimme gekämpft. Sich und sein Team motiviert. Niemals. Allein. Immer. Gemeinsam. Niemals. Allein. Immer. Gemeinsam. Wir haben schon den Eindruck, dass an jedem Tag wir noch Menschen begegnen, die noch nicht entschlossen sind, welche Partei sie wählen. Und da ist jedes Gespräch wichtig. Wirkt sehr sympathisch auf mich. Wählerdialog im Akkord. Hunderte von Flyern gehen raus. Welche Themen sind Ihnen im Alltag wichtig? Wichtig ist, dass wir in Frieden weiterleben können. Ein schönes Programm hast du. Nguyen hat immer wieder das Gespräch gesucht. Mit fast allen. Wenn man dann mit wirklich Rechten spricht, die wollen in der Regel auch nicht mit einem sprechen. Menschen, die aber ab und zu überlegen, die AfD zu wählen, aber da nicht so ganz fest sind, mit denen lohnt das Gespräch. Weil um diese Köpfe und Herzen möchte ich natürlich auch ringen. Weil der Frust und die Sorge, die liegt auch in der Politik begründet. Sie äußert sich manchmal rassistisch. Und damit habe ich natürlich ein Problem. Aber an vielen Stellen ist es nicht schwarz-weiß. Zeitgleich in Zwickau. Ein anderer Wahlkampf. Parolen der Bewegung Dritter Weg. Laut rechtsextrem martialischem Auftreten. Auf die Straße! Europa! Jugend! Revolution! Zwei Straßen weiter die andere Demo. Sie wollen Liebe, Toleranz und Vielfalt. Die können machen, was sie wollen. Wir werden hier nicht gehen. Und wir werden weiter für unsere Rechte und für unser Leben und für unser freies Leben kämpfen. Aufgeheizte Stimmung, von der im thüringischen Zollenroder nichts zu spüren ist. Am Wahltag sind die Straßen wie ausgestorben. Nur die Patisseriebesitzerin Doreen Bergmann ist in ihrer Backstube. Ihr Café, das sie seit 2010 betreibt, ist ihr ein und alles. Eigentlich ist sie Juristin. In Zollenroder konnte sie ihr Hobby zum Beruf machen. Oh krass! Hier haben wir uns jahrelang den Popo aufgerissen, um das genauso zu machen. Und auch immer mit Höhen und Tiefen. Aber haben wir uns gebastelt. Kann jeder auch machen in seinem kleinen Bereich, wo er das haben will. Tatkraft und Risikobereitschaft. Die Mutter von vier Kindern hat beides. Doreen Bergmanns Mann ist Arzt im nahegelegenen Krankenhaus. Digga, was? Der Mann Arzt? Sie Juristin hat eine Patisserie? Was? Vier Kinder? What the f... How? Die beiden sehen grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. Doch nicht alle haben diesen Elan. Ich persönlich liebe Veränderungen. Ich kann mich da auch voll drauf einlassen. Und probiere auch immer neue Dinge aus. Aber ich kann auch verstehen, dass die Menschen müde sind, sich ständig zu verändern. Wenn man sich 40 Jahre in der DDR abgeraggert hat, dann 30 Jahre lang durch die Wände, also durch diese Zeit gequält hat, immer wieder aufgebaut hat. Und jetzt ist plötzlich, haben wir ein Umweltproblem. Und dieses Problem und das Problem. Dann ist es einfach, glaube ich, diese Müde, sich der Veränderung zu stellen. Und das kann man auch in Teilen nachvollziehen, dass man vielleicht irgendwann mal die Nase voll hat. Oh, jetzt soll schon wieder was anders werden. Und dann kommt eine Partei und sagt, es bleibt alles, wie es ist. Und wir machen es so, wie es früher war. Und da war eh alles besser. Genau. Und dann wählen die die CDU. In der Realität ja nicht richtig ist. Genau. So erklärt sie sich den Erfolg der AfD. Hä? Aber die wählen doch dann, das ist doch die CDU. Alles bleibt so, wie es ist. Es ist doch die CDU. Und noch etwas anderes ist ihr aufgefallen. Hm. Die Leute, die hier leben, das sind gute Menschen. Und wenn sie dann trotzdem die AfD wählen, hat es ja Gründe. Man spürt es. Ich kann, also es hat Gründe. Aber diese Gründe sind halt fremdenfeindlich. Dass wir irgendwie so nicht mehr top sind in der Welt. Und irgendwie braucht es dafür entschuldigen. Und wenn dann eine Partei kommt, die sagt, so wie Amerika. Make America great again. Das ist ja ähnlich das, was hier. Die versprechen uns, uns wieder groß zu machen und wieder an die erste Stelle zu stellen. Ja. Es ist immer besorgniserregend, wenn eine Partei sagt, wir müssen Deutschland wieder groß machen. Wie damals. Und dann glaubt man das. Weil es einfach ist. Einfache Lösungen. Ja. Ich will es mir nicht vorstellen, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der Höcker heißt. Zurück in Leipzig. Kurz vor der Bekanntgabe der Wahlergebnisse, die Nguyen mit seinen Wahlhelfern verfolgt. Das Ergebnis ist eine Katastrophe. Seine Partei Die Linke stürzt insgesamt ab. Doch ihm gelingt ein Erfolg. Er bekommt 39,8 Prozent der Stimmen. Er zielt damit ein Direktmandat und zieht damit in den Sächsischen Landtag ein. Cool. Auch seine Eltern feiern mit ihm. Ich bin total stolz und vor allem bin ich froh, dass ich diesen Moment mit meiner Familie teilen konnte. Mit diesem Direktmandat für Die Linke ist er über Nacht zum Medienstar geworden. Er ist damit der einzige nicht-weiße Abgeordnete im Sächsischen Parlament. Drei Tage nach der Wahl ist Namsü Nguyen in seinem Kiez unterwegs. Aufräumen und Nachbereitung der Wahl. Sie hatte einen gehörigen Anteil daran, dass Die Linke in der öffentlichen Wahrnehmung als eine zerstrittene Partei rübergekommen ist. Das BSW bekam in Sachsen auch viele Stimmen. Aber Nguyen's offene Art kam im Multikulti-Stadtteil noch besser an. Kein anderer Kandidat bekam mehr Erststimmen. Das merkt er auch auf der Straße. Stabil. Gute Arbeit! Dankeschön! Das ist einfach krass, wenn man hier so durchläuft, dass man so viel Zuspruch bekommt nach den vielen Monaten Arbeit und auch immer mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch auf deren Sorgen einzugehen. Die, also in den Städten, ne? In den Städten, in den ostdeutschen Städten, in Leipzig, Bruder, da ist das vielleicht auch Scheiße, ne? Aber, ey, da gibt's noch Hoffnung. Wir gehen uns einfach mal zuzuhören und das merken die Leute, finde ich. Aber so ein Zuspruch, so eine Verbindung zu den Menschen, die hier leben, habe ich bis dato nicht erlebt und das ist irgendwie ein tolles Gefühl. Zufrieden mit dem Wahlergebnis sind auch viele in Kauern in Thüringen. Überall Wahlplakate. Hier bekam die AfD fast 35 Prozent der Stimmen. Im Ort die Kfz-Werkstatt von Sven Junge. Auch ihn beschäftigt das Wahlergebnis, das er mit seinem Mitarbeiter diskutiert. Was sagst du zum Erfolg der AfD? Ja, ich sag mal, ich bin dem nicht abgeneigt, unbedingt. Alter, was geht in den verranzten Köpsen der Leute vor? Alles andere war jahrelang einheitsfrei und jetzt muss das. Vielleicht geht's in die richtige Richtung. Kann man hoffen. Kennst du meine Einstellung? Ich bin da auch genau deiner Meinung. Und ich hoffe mal, dass das mal ein Zeichen ist und dass sich hier endlich mal ein bisschen was ändert mit dem Land. Ja. Eine Weckfunktion für die Politik finde ich sehr... Diese dämliche Argumentation. Was wecken? Was weckst du denn, Bro? Was weckst du? Ich finde es richtig. Ich finde es richtig. Was die Politik am Ende daraus macht, wird sich zeigen. Ich finde, dass, ja, dass mal ein Ruck durchgehen muss. Ein Weckruf. So sieht es auch Sven Junge. Der Autohändler mit eigener Werkstatt und Abschleppdienst ist enttäuscht von der CDU und hat sich jetzt bewusst für die AfD entschieden. Er hätte sich sogar noch mehr Stimmen gewünscht. Ja, also wenn ich mich bewusst für die AfD entscheide, wünsche ich mir natürlich über 50 Prozent. Ist klar. Aber das ist immer noch ein weiter Weg. Der dreifache Vater ist hier in der Region aufgewachsen. Er ist guter Dinge. Glaubt, dass die AfD jetzt die echten Probleme anpacken könnte. Was sind denn die echten Probleme vor Ort? Die Lebenshaltungskosten steigen extrem. Bruder, mal gucken, was es noch ist. Die Mitarbeiter werden unzufrieden mit der Preisspirale, sage ich mal. Der hat sein eigenes Unternehmen. Okay. Gehen natürlich auch die Lohnkosten extrem in die Höhe. Die Mitarbeiter sind unzufrieden wegen der Preisspirale. Die Lohnkosten gehen in die Höhe. Was zur Hölle soll die AfD da machen? Digga, was glaubst du, was die tut? Der Lohnpreisdeckel oder was sollen die machen? Was glaubst du, was die tun? Was glaubst du, was die tun? Geht irgendwann dann mal richtig in die Hose. Alles so teuer. So ähnlich sieht es auch einer seiner Kunden. Auch er fühlt sich im Stich gelassen. Wer? Es gibt keine gefühlte Gerechtigkeit mehr. Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich jetzt mal vom Handwerk ausgehe. Abgaben und irgendwelche ... Hier sind die Steuern zu. Steuern, die dann vielleicht noch nicht Steuern genannt werden, werden immer mehr. Es bleibt immer weniger für den Durchschnittsbürger hängen. Und darum hast du die Linke gewählt. Ob das nun an den Ausländern liegt, ob das nun an den Krieg da unten in der Ukraine liegt, weiß ich nicht. Es sind ganz einfach immer mehr Steuern und was weiß ich, wo der Bürger meint, es kommt nicht mehr zurück. Wir arbeiten, arbeiten, arbeiten und wo bleibt das Geld? Und deswegen hast du die Linke gewählt. Oder nicht? Das Gefühl, dass der Bürger ausgenommen werde, ist hier weit verbreitet. Sven Junge ist mit der AfD jetzt sehr zufrieden. Okay, und die senken da jetzt die Steuern oder was? Das ist ja interessant. Es spricht halt die wirklichen Probleme an, die die Menschen haben. Und viele fühlen sich dadurch natürlich auch verstanden. Irgendwas muss sich ändern. Und egal wie es kommt, es geht nicht mehr so weiter, wie es momentan läuft. Okay, die richtigen Probleme sind also in dem Landkreis an Polen angrenzend die Ausländer, die Steuern und das Gender Gaga. Das wird die AfD im Landkreis sicherlich regeln, die Steuern senken, oder? Diskutiert wird auch ein paar Kilometer weiter bei Doreen Bergmann in ihrer Patisserie in Zeulenroda. Heute sind Gäste aus Sachsen da. Also wenn man das, was der Gretschmer vor der Wahl gesagt hat, so mal hernimmt, dürfte der eigentlich mit den Linken und BSB auch keine Koalition machen. Obwohl ich denke, das sollte man doch jetzt einfach lassen. Also schließt euch zusammen und fangt eigentlich an, was zu machen. Ich würde mir das generell wünschen, dass man sagt, bildet eine Koalition meinetwegen aus allen Parteien, die demokratisch sind und fangt an, endlich zu arbeiten. Und zwar still und leise sollen die ihre Arbeit machen, jeder andere auch. Genau, soll niemand mitbekommen, was die machen. Ich mag die auch nicht mehr in Talkshows oder irgendwo sehen, die sollen ihre Arbeit machen. Ich bin so eher in der Queeren-Community in Leipzig unterwegs und bekomme schon so mit, wie Menschen angefeindet werden auf der Straße, weil sie irgendwie aussehen, wie sie aussehen oder so Sachen. Ja, da mache ich mir schon Angst oder Sorgen, was so die Zukunft bringt. Für die Wirtschaft zum Beispiel oder auch für die Ausstrahlung international gesehen, also denke ich, ist das auf jeden Fall ein Schaden. Also ich denke, die Menschen, die kommen mit der aktuellen Bundespolitik halt nicht so zurecht. Und das hat eben der AfD perfekt gemacht. Die haben ja nichts gemacht. Die haben ja einfach nur die Angst der Menschen geschürt und dann eben Stimmen abkassiert. Also selber eigene Ideen haben die ja kaum. Ne, haben sie nicht. Ich denke, es ist zum einen eine Protestwahl, zum anderen gibt es wirklich bestimmt auch echt Rechtsradikale, die schöne Dinge kaputt machen müssen. Vielleicht auch ein Stück Dummheit dabei oder nicht abgeholt wurden nach der Wende. Keine Lust auf Veränderungen. Die AfD verspricht ja Status Quo, dass alles so bleibt. Also ich glaube, dass man das gar nicht so mit einem Satz beantworten kann, um den Osten zu verstehen. Ja, das ist glaube ich, also da braucht es irgendwie mehr als nur so einen Satz. Macht doch einfach. Bildet jetzt einfach diese Regierung. Herr Ramelow hat gesagt, er will mitmachen. Ja, dann macht doch alle zusammen. Ist doch scheißegal, welche Partei. Macht jetzt, bringt Thüringen wieder vorwärts und macht jetzt einfach. Das wünsche ich mir für Thüringen und für Sachsen und für überhaupt alle Bundesländer. Aber erst einmal gehen die Montags-Demos weiter. Noch am selben Tag wird es in Zollenrode am Schmuckenmarktplatz lebhaft. Beide Lager bereiten sich vor und erklären, wie es so weit kommen könnte. Viele fühlen sich einfach nicht verstanden, mit den Ängsten und Sorgen alleingelassen und sind deshalb offen für diese Parolen, für diesen Hass. Ja, korrekt. Der natürlich auch durch die sozialen Medien befeuert wird und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele junge Menschen sich für die AfD-Wahl entschieden haben. Korrekt. Doch gerade auf die jungen Leute käme es an. Die sollten ja hier bleiben und nicht abhauen, findet die junge Frau. Vor dem Hintergrund vom demografischen Wandel in Thüringen, die Überalterung der Bevölkerung und dem Fachkräftemangel ist das ein erschreckendes Zeichen, was wir nach außen senden. Wir wollen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen und natürlich sind wir auch deswegen hier. Stabil, ja. Stabil. Auf der Gegenseite sehen sie das Problem ganz anders. Sind die Ausländer oder die da oben? Wut gegen die Obrigkeit. Okay, die da oben. Die Leute waren unzufrieden mit der Ampelpolitik und kamen sich richtig verarscht vor. Da wurden Sachen beschlossen, was den Leuten nicht gefallen hat. Und Thüringen lehnt sich dagegen jetzt auf. Mehr Steuern, dann ging es schon wieder los mit mehr Steuern und Einschränkungen in jeder Art und Weise gerade. Mehr Steuern? Hat die Ampel Steuererhöhung Schluss? Die Grünen zum Beispiel, die möchten ja alles Mögliche abschaffen. Und ich meine, das hat alles seine Berechtigung, aber man muss auch ein bisschen im Rahmen bleiben. Ich wünschte, ich wäre so dumm wie er. Manchmal wünsche ich wirklich, ich sehe so jemanden und ich wünsche mir seinen Intellekt einfach. Alles daran ist so, weißt du, das muss so ein Segen sein, wenn einem die Welt so einfach vorkommt, weißt du? Der steht so mit seiner Weste da, hat so einen Tisch aufgebaut und er kann, der sagt das einfach. Dumme Leute leben so ein einfaches Leben, Digga. No pain, no brain. Du hast keine Probleme mehr. Du bist wirklich gesegnet mit Ignoranz und kannst einfach sagen, naja, die haben ja die Steuern, machen sie ja, ne? Scheiße, finde ich scheiße. Und, ähm, die verbieten alles, das finde ich auch scheiße. Wie ein Goldfisch, ne? Für den steht das ja fest. Die komplexe Sachlage wird abgelehnt und gesagt, ja, ja, nee. Das ist schon so, das muss man so mit rechnen, ne? Kann ich alles auf einmal Schlag auf Schlag abschaffen. Ja. Wollen, man muss die Leute dann schon mal ein bisschen langsam drauf vorbereiten. Genau. Und muss den Leuten auch mal auch quer rum und weswegen. Mach mal langsam. Genau, macht ja keiner mehr. Nicht einfach so und das machen wir jetzt und fertig ist der Lack. Genau, macht ja keiner mehr. Laut Trommeln für die eigene Meinung. Ich möchte mich bei allen Wählern bedanken. Im Osten geht die Sonne auf. Und der Osten hat's gemacht. Das sind Faschisten. Umso wichtiger ist es, dass wir heute hier sind, dass ihr heute hier seid und nochmal klar und deutlich zeigen, dass diese rechte Scheiße eben nicht normal ist. Kurz darauf marschieren die Demonstranten. Zwei Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Miteinander reden? Schwer möglich. Äh, ich hab überhaupt nichts mit Nazis an Hut. Aber? Das finde ich alles ganz großen Schwachsinn. Die AfD ist ne demokratische Partei. Demokratisch ist ne Partei. Der Höcke mag ja vielleicht ein bisschen rechts angehaucht sein, aber... Muss halt auch mal schauen, was ist denn rechts? Würdet ihr sagen, der ist rechtsextrem, wenn der sowas sagt? Es mag ja sein, dass der Höcke ein bisschen rechts angehaucht ist, aber da muss man ja auch mal gucken, was rechts ist. Tja. Was ist denn rechts? Von der Mitte aus rechts gibt's nicht mehr. Die CDU ist ganz links oder ziemlich weit links abgedriftet. Mhm. Ich will die ganze Politik nur noch lochen. Mhm. Mhm. Die CDU ist ganz weit links abgedriftet. Das macht sogar Sinn. Aus der Perspektive eines AfD-Wählers ist ja alles links von der AfD ganz weit links abgedriftet. Aus der Perspektive von diesem verstrahlten alten Mann ist alles links von der AfD links. Selbst wenn das in der Wahrnehmung halt nicht wirklich nachvollziehbar gilt, ist das aus seiner Perspektive verstehe ich das. Auch wenn er ein Rechtsextremer Vollidiot ist. Und wer das nicht versteht, weiß ich nicht. Und wenn ich dann höre von da drüben Kommentare, wir sollten an unsere Kinder und Enkel denken. Deswegen bin ich hier, weil ich Kinder und Enkel habe und weil ich sehe, wo das Land hin marschiert. Hm. Diese Wut kommt einfach daher, weil die Menschen halt Umbrüche mitgemacht haben, dabei abgehangen wurden. Oder ich nenne mal ein typisches Beispiel. Ich gucke letztens das Fernsehen und da kommt der Kollege Merz, wird interviewt. Ja, warum ist das alles so? Da sagt er, naja, weil wir es halt nicht geschafft haben, die Leute im Osten zu integrieren. Da gehen mir die Nackenhaare hoch. Ich glaube, die demokratischen Parteien haben es in letzter Zeit ein Stück weit verschlafen, wie es Extremrechte vielleicht gemacht haben, Woche für Woche auf der Straße zu stehen. Und in letzter Zeit wurde viel über Migration gesprochen, aber wenig darüber, wie schlecht vielleicht der ÖPNV in Ostdeutschland, in Sachsen oder in Thüringen ausgebaut ist. Wurde der Osten vergessen? Jana Maschek empfindet es so. Die 61-Jährige hat seit 2004 in Zollenrode eine Nähstube. Ihre Wahlentscheidung? Ich habe AfD gewählt und ich gehe mal davon aus, dass es besser wird. Tut mir leid. Tut mir sehr leid für Sie, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben. Sie und ihre Kunden fühlen sich von der Politik nicht gehört und nicht gesehen. Es geht um das Thema Rente. Die alten Herrschaften, die kommen nicht mehr klar damit. Ich sehe es hier. Die gehen früh um fünf hier raus, gucken in die... Was? Die einfachste Frage ist ja, was tut die rechtsextreme AfD, die den Sozialstaat abschaffen möchte übrigens, dafür, dass die Rente steigt? Papierkörbereien gehen Flaschen sammeln. Das kann doch nicht Sinn, Inspektorsache sein. Ja, das ist Scheiße. Aber es wird nicht besser durch rechtsextreme Politik. Es wird schlimmer. Vielleicht muss man den Osten in dieses offene Messer laufen lassen. Ich weiß nicht, ob das hier das gewollte Ziel ist. Aber das ist zumindest jetzt mehr unaufhaltsam. Neben der Tatsache, dass Thüringen unregierbar wird... Also für Thüringen ist eh der Zug wirklich abgefahren. Die nächsten fünf Jahre werden in Thüringen extrem schlecht. Allein schon wegen der Blockade der Sperrminorität. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört. Das ist absoluter Stillstand. Thüringen ist jetzt... Thüringen... Thüringen ist jetzt over. Da wird sich jetzt eine Koalition finden. Die AfD wird nicht mitregieren. Die Koalition wird aus drei, vier Parteien bestehen. Und dann ist erstmal durch. Thüringen ist jetzt durch. Der Drops ist gelutscht, Alter. Da passiert politisch jetzt erstmal nichts. Denn niemand reagiert mit den Rassisten. Und dann wird das nächstes Jahr schlimmer. Das wird nicht besser. Das wird schlimmer. Da werden auch keine Waffenlieferungen gestoppt in Thüringen. In Thüringen wird auch keine Migrationspolitik gemacht. In Thüringen wird das nicht gemacht. Thüringen hat auch keine Grenze an irgendwas. Thüringen bestimmt das nicht. Thüringen kriegt vom Bund zugewiesen, wie viele Leute sie haben sollen. Thüringen macht die Regeln dann nicht. Thüringen entscheidet das nicht. Ist hart, aber ist so. Die haben wirklich zu tun mit ihren bisschen Renten. Es bleibt nichts übrig. Und noch etwas macht der Oma von vier Enkelkindern Sorgen. Meine Tochter wohnt in Zwickau. Zwickau ist auch ganz heiß. Ausländermäßig. Man traut sich nicht groß irgendwo hinzugehen. Meine Enkeltochter. Mhm. In Zwickau. Ganz heiß in Zwickau. Die traut sich nirgendwo mal hinzugehen. Ausländeranteil Zwickau. Neun Prozent. Ausländeranteil der Einwohner mit Hauptsitz ist neun Prozent. Neun. Sehr gefährlich in Zwickau. Und und und. Junges Mädel. Hübsches Mädel. Und das hat jeder Angst. Mhm. Ja. Das ist das Schlimme. Die Ausländer. Der leere Geldbeutel. All das beschäftigt nicht nur Jana Maschek, sondern auch viele Kunden und Händler am Wochenmarkt in Zollenroda. Hallo. Das ist einfach eine Unzufriedenheit mit der gesamten Politik hier im Osten. Alter, das ist halt injiziert und vollkommen erfolgreich, ne? Also es ist unglaublich. Du hörst das und denkst dann, wenn du dich fragst, nach der Rente fragst du dich, was würde denn die rechtsextreme AfD in Thüringen an der Rente besser machen? Was soll sie denn da besser machen? Was haben die denn für Konzepte vorgestellt, um die Rente besser zu machen? Nichts. Ja, nichts. Nichts haben sie vorgestellt. Das haben sie auch nicht vor. Die AfD möchte den Sozialstaat reduzieren, nicht verstärken. Das ist halt nicht logisch. Und das ist halt das Problem. Das ist halt nur bauchy, bauchy. Das ist nur gefühlt. Ich habe nichts dagegen, dass wir Migranten im Land haben. Aber diejenigen, die nicht arbeiten gehen oder nicht arbeiten wollen, wenn sie hier mal früh hoch und runter laufen, was da an Ausländischen sagen, jetzt mal Mitbürgern mittlerweile, sag ich mal Mitbürgern, ja. An jungen Leuten hier rumläuft, die die einen schon angucken. Die gehen nicht arbeiten. Warum gehen die nicht arbeiten? Dürfen die arbeiten? Haben die eine Duldung? Haben die eine Gestattung? Haben die eine Residenzpflicht? Weißt du, was das ist? Na ja, geil. Wenn wir um die Runden kommen, wir gehen arbeiten. Aber... Richtig. Und dieses Jahr... Die kriegen diese 460 Euro im Monat. Ekelhaft. Da lohnt sich arbeiten fast nicht mehr. Urlaub war nicht drinnen. Weil es früher bescheiden war. Die Umsätze halt auch bescheiden sind. Und das ist mit allem so. Ob das mit dem Strom ist, ob das mit der Heizung ist, mit allem. Die ganzen Kleinen wie wir, wir werden doch nur abgezockt. Ich höre. Die Kundin hat letzten Donnerstag, das hier in Zollenroda, sehr gut formuliert. Die hat... Was hat die gesagt? Sie hat gesagt, wenn die Politiker, egal von welcher Partei, was von dir wollen, fressen sie dir aus der Hand. Das sind wie die Tauben. Und wenn aber die Wahl vorbei ist und die sind oben, dann sch*** sie dir auf den Kopf. Mhm. Schlechte Stimmung auch beim Händler gegenüber. Ich habe jetzt unsicher. Keine Sicherheit. Steuer bezahlen. Alles weiß, wo arbeite. Keine irgendwas falsch gemacht. Das ist gefährlich. Das ist Unsicherheit. Die Leute sind frustriert. Tja. Das wird sicherlich spannend in Thüringen, Digga. Thüringen wird ein Rattenloch sondergleichen, Alter. Holy shit. Die gehen einkaufen, das Zeug wird immer alles teurer und die Leute haben das Geld nicht mehr. Also bei uns ist es immer dieses Thema Geld und das ist der größte Frustpunkt in der Gesellschaft. Das glaube ich tatsächlich. Denn da klaffen doch die Unterschiede extrem. Dass wir ausverkauft werden, dass das Geld hier völlig falsch angelegt wird, dass die große Politik in Berlin am Bürger vorbei gemacht wird. Der Osten ist eben quirliger. Der sagt dem, du, ich klub es gerade hier und mir gefällt das nicht. Und das tun sie eben kund. Ob das die AfD besser macht, weiß man nicht. Ja, viele sagen immer, AfD, AfD ist rechts, rechts. War vielleicht früher so. War die AfD schon mal irgendwo an der Macht? Jetzt waren immer andere Parteien an der Macht. Jetzt sage ich, wenn jetzt die AfD an der Macht kommt, soll sie es probieren. Auch auf dem Wochenmarkt in Bautzen ist das Meinungsbild uneinheitlich. Oh Gott, Alter. Aufbruchstimmung sieht anders aus. Man kann sagen, dass die Menschen hier, sagen wir mal, so ein bisschen die Leichtigkeit verloren haben. Das Lockere, das Lachende. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute frustriert sind, dass sie halt, sagen wir mal, sich zurückgesetzt fühlen. Das ist halt so ein unbewusstes Gefühl mit diesen Neuankömmlingen, dass die halt alles bekommen und sie selbst haben nichts. Die Uninformiertheit der Leute ist unglaublich. Und 99 Prozent von den Leuten, die so uninformiert sind, lesen die Bilder. Wahnsinn. Die AfD macht mir schon Angst. Es sind viele Rechtsextreme hier unterwegs. Das macht mir ein bisschen Angst. Viele sind unzufrieden mit, eigentlich mit allen. Es gibt die ewigen Meckerer. Ich bin unzufrieden mit den Asylanten, die wir haben. Dass mir ... ... die dann helfen sollen, ist alles gut und schön. Aber ... 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 schlecht. Das versteht sogar er. Und wenn er das versteht und das dann umgesetzt wird, dann könnten wir das Privileg haben, dass seine rassistische F*** das Maul hält. Und dann riecht das ein bisschen weniger nach Kohl hier. Aber das ist halt etwas, das muss man im Kern angehen. Keine Abschiebung macht das System besser. Keine Grenzkontrolle macht das System besser. Nichts davon. Nichts macht das System heile. ...steuern. Wir müssen dafür arbeiten. Ich gehe mit 70 jeden Tag arbeiten. Und wenn ich abends nach Hause komme, sehe ich, wie die hier alle sitzen. Arbeiten, eigenes Geld verdienen statt rumsitzen, das wollte der syrische Besitzer dieses Minimarktes. Mohamed Chermus' Laden brummt. Er hat eine Marktlücke gefunden. Das ist arabische Brot. Das gibt's nur bei uns. Das ist gut. Macht Spaß. Mit Leuten reden. Quatschen. Na dann kommt die Aussage, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Wie sollen die die Arbeitsplätze wegnehmen? Dann können die doch Bürgergeld beziehen. Dann kriegen die doch das ganze Geld, dieses kostetlose in den Arschgeschäbe. Die sollen denn die Arbeitsplätze wegnehmen? Vor wenigen Monaten haben er und seine Frau den kleinen Supermarkt eröffnet. Außerdem haben sie noch eine Dönerbude. Der Syrer, der 2012 als Flüchtling hierher kam, fühlt sich integriert. Eigentlich, wir sind beide aus Bautzen. Meine Frau Deutsche aus Bautzen. Ich bin auch, ich bin Kurt aus Syrien. Ich bin auch seit zwölf Jahren in Bautzen. Und er kennt eigentlich Bautzen besser als ich. Hier im Laden gibt es Spezialitäten aus seiner Heimat und anderen Ländern. Für Kunden aus aller Welt. Warum wird das Arbeitsverbot nicht in so einer Reportage erwähnt? Könnte nützlich sein? Das wird erwähnt. Das ist ganz oft erwähnt. Aber es interessiert die Leute, hören das nicht zu. Es ist auch zu kompliziert. Die Leute verstehen nicht, was eine Duldung ist, was eine Gestattung ist, was ein befristeter Aufenthalt ist. Die wissen nicht, was, das wissen sie nicht. They don't know. Es ist auch zu kompliziert, Digga. Und vielleicht müssen sie es auch nicht verstehen. Aber es muss halt ein System geben, in dem grundsätzlich verstanden wird, wie diese Prozesse abzulaufen haben. Ich bin ja, ich sitze ja nicht mal hier und sage, ja, die müssen das jetzt verstehen. Ich kann ihnen das auch erklären. Ich kann das jedem erklären. Ich habe in der Scheiße gearbeitet. Das ist halt super frustrierend. Aber die Erkenntnis ist nicht darin rumzuquatschen, dass das verwesende aktuelle System erkannt werden muss, sondern es ist wichtig zu verstehen. Und da hat man, da holt man die auch ab. Das Migrationssystem selbst muss vollkommen umgedacht werden. Vollkommen. Die aktuelle Identitätsverstellung mit Abschiebung und so einen ganzen Scheiß, das ist vollkommener Humbug. Unsere Kunde ist verschieden. Erklär mal, aber ich verstehe nicht, was eine Duldung ist. Eine Duldung ist so ein Zettel, der ist sechsseitig. Den klappst du auf. Das ist wie so ein Sozialversicherungsausweis. Das ist kein Aufenthalt, sondern es ist eine Duldung. Es ist ein Identitätsdokument, das du bei dir tragen solltest. Sowas wie ein Personalausweis für Menschen ohne Identität. Wenn du geduldet bist, stehst du mit einem Fuß in der Abschiebung. Immer. Du kriegst eine Duldung auch oftmals, wenn deine Asylbefähigung festgestellt wird. Also ob du Asyl bekommst oder nicht. Und auch wenn dein Asylantrag abgelehnt wurde. Eine Duldung hast du aber auch immer so lange, wie deine Identität nicht eindeutig geklärt wurde. Du darfst nichts wirklich. Du bist in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht mit anderen Leuten. Du darfst nicht aus dem Kreis beziehungsweise aus dem Bundesland ausreisen, in dem du bist. Du kriegst nach Asylleistungsbewerbergesetz eine Zahlung, die festgelegt ist. Du darfst nicht arbeiten. So, das ist erstmal alles. Und dann läuft eine Duldung in der Regel zwischen drei und sechs Monaten ab. Das bedeutet, alle drei beziehungsweise sechs Monate kannst du oder musst du zur Ausländerbehörde gehen. Und vor Ort wird dann entschieden, ob du sofort abgeschoben wirst oder nochmal drei oder sechs Monate bleiben darfst. Und wenn man das viermal macht, also wenn das viermal passiert, gibt es keinen Grund, Deutsch zu lernen. Warum solltest du? Du darfst ja nicht arbeiten. Du kannst nirgendwo hin. Du hast eine Residenzpflicht. Du musst da bleiben, wo du hingepackt wurdest. Keine Chance. Du hast einen tristen Alltag ohne finanzielle Chancen. Du kannst Dinge auf Eigeninitiative machen, aber nicht so viel. Also du könntest jetzt beispielsweise, es gibt vom Internationalen Bund beispielsweise Kurse. Du hast keine Ärztewahl. Du kannst nichts machen. Du kriegst in gewissen Teilen ja jetzt auch eine Bezahlkarte. Das heißt, du hast auch kaum Zugriff auf Bargeld. Das ist mit der Bezahlkarte ganz schlimm. Du kannst also nicht mehr zur Tafel, wenn es schlimm läuft. Du kannst keine gebrauchten Möbel holen. Das ist ein großes Problem. Flohmarkt ist alles over. Dieser Aufenthalt, der kein Aufenthalt ist, ist eigentlich mehr oder weniger das Ende vom Anfang oder der Anfang vom Ende. Es ist dann, also wenn du das ein, zwei Jahre hast, kannst du es vergessen, Alter. Das kannst du vergessen, dann hast du es vorbei. Die Leute kriegst du auch nicht abgeholt. Nachvollziehbarerweise. Viele von denen widmen sich dann nachvollziehbarerweise der Beschaffungskriminalität. Die wollen ja irgendwas machen. Ob das nun Diebesgut ist oder mal Drogen verkaufen, das passiert. Das ist ein ganz, ganz nachvollziehbarer Prozess. Das liegt aber nicht an der Tatsache, dass die das nun mal machen, sondern es liegt daran, dass die keine Wahl haben. Sie dürfen nichts anderes machen. Sie können nichts anderes machen. Es gibt über 300.000 Menschen, die gleichzeitig, ich glaube, die aktuelle Zahl ist, 300.000 Menschen, die eine Duldung haben. Bei denen ist alles, das ist immer dasselbe. Alle drei Monate zur Ausländerbehörde. Vor Ort wird geklärt, ob man abgeschoben wird oder ob man bleiben darf. Und dann kriegt man nochmal drei Monate eine Verlängerung. Oder mal sechs Monate. Manchmal auch, wenn sie sich sehen wollen, einen Monat. Und dann wird gefragt, wir können ihnen die Duldung abnehmen. Also wir können ihnen die Duldung abnehmen, aber nur, wenn sie sagen, woher sie kommen. Und ich bin dann derjenige, der zu den Leuten gegangen ist und gesagt hat, auf keinen Fall sagt ihr der Ausländerbehörde, woher ihr kommt. Niemals sagt ihr der Ausländerbehörde, woher ihr kommt. Niemals. Weil wenn ihr der Ausländerbehörde sagt, woher die kommen, dann geht ihr dahin, in der Erwartung, dass ihr endlich einen Aufenthalt bekommt, um endlich arbeiten zu können und dann werdet ihr abgeschoben. Niemals sagt ihr der Ausländerbehörde, woher ihr kommt. Und jetzt lebt sich das so in den Kreis rein. Das ist so ein Zyklus. Das ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn die Leute nicht sagen, woher sie kommen, werden sie nicht abgeschoben. Sie müssen aber alle drei Monate dahin, damit sie sagen, sie sind da. Und schon seit Jahrzehnten läuft das so. Das ist eine katastrophale Existenz. Es ist eine absolute Katastrophe. Und dieser Aufenthaltstitel ist für viele der erste Kontakt, den man langfristig mit Deutschland hat. Also das ist absurd. Es ist wirklich absurd. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen tatsächlich. Und dann gibt es Leute wie diese Faschisten, die ich hier gerade auch rausklatschen musste, die dann sagen, die denken, das ist gut. Aber so wird niemand integriert. So wird auch kein System besser. So funktioniert das nicht. Dass die Leute denken, wenn Leute das sagen, sind sie halt Menschenfeinde. Weil in so einem Projekt, in so einer Art und Weise willst du die nicht übersetzen. Und darum ist mein Lösungsansatz, unabhängig davon, welche Identität du hast, wir brauchen eine bessere Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen und wir brauchen einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Leute, und das ist scheißegal, woher die kommen und was die für einen Aufenthaltstitel haben, die müssen einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Gebt denen ein paar Deutschkurse mit, aber wenn sie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und wenn sie eine Residenzpflicht haben, dann kommen die nicht mit den ersten motivierenden Schritten klar. Es wird eh ein bisschen dauern. Man sieht das ja an den Ukrainern, die Frauen und Kinder, die aus der Ukraine gekommen sind, um sich einzurichten, um Deutsch zu lernen und dann Arbeit zu finden. Aber man kann das Prozedere auch einfacher machen. Gebt ihnen sofort eine Arbeitserlaubnis. So f***ing fort. Und hört auf, den Leuten mit Abschiebungen zu drohen. Denn Abschiebungen lösen eure Probleme nicht. Kommuniziert das klar. Kannst ja arbeiten, Bruder. Wir geben dir eine Frist, in der du einen Job suchen kannst und dann wird entschieden, was wir mit dir machen. Und wenn wir zu dem Entscheidungstermin, wo du hier bist, feststellen, dass du dich bemüht hast und dass du einen Job gesucht hast, dass das geklappt hat oder eben nicht geklappt hat aus diesen oder jenen Gründen, dann bleibst du. Und dann liegt der Fokuspunkt nicht mehr auf Abschiebung, sondern dann liegt der Fokuspunkt auf Integration. Und dann schaffen wir die Ausländerbehörde ab und dann schaffen wir eine Integrationsbehörde. Weil die Ausländerbehörde ist der Feind für jeden, sogar für Leute, die Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen, damit die bei der Ausländerbehörde nicht über den Tisch gezogen werden. Wir brauchen keine Ausländerbehörde, wir brauchen eine Integrationsbehörde. Wir brauchen ein komplettes Umdenken im Zusammenhang mit Integration. Und dann, ganz am Ende, ganz am Ende, und da musst du nicht mal drüber reden, ganz am Ende kannst du gerne noch deine beschriebenen Abschiebungen machen, damit du dir geil vorkommst oder damit irgendwer weggebracht wird. Ey, das interessiert dann aber keinen Schwanz mehr. Weil das System ein System ist, das jedem tatsächlich die Chance gibt, etwas aus sich zu machen. Tatsächlich. Da ist dann alles egal. Der Rest, ey Bruder, dann werden immer noch Flugzeuge irgendwo hinfliegen, weil irgendwer von der CDU das gesagt hat. Schon. Klar. Aber alles andere. Ich muss mal den anderen Fasch hier rausbringen. Sorry. Aber auch nur schlechte Erfahrung mit der Ausländerbehörde. Meine Ex-Frau ist aus Brasilien. Wir wurden behandelt wie Dreck. Ey, ich fühle das. Ich weiß das. Die Ausländerbehörde, ich weiß das nicht nur aus eigenen Erfahrungen, sondern weil ich es immer wieder gehört habe von so vielen Menschen. Die Ausländerbehörde ist nicht dein Freund. Es geht also nicht darum zu sagen, das System funktioniert und wir müssen aufhören abzuschieben. Es geht darum zu sagen, das System funktioniert nicht. Wir müssen das System verändern. Keine Abschiebung macht irgendwas besser. Keine Grenzkontrolle macht irgendwas besser. An EU-Grenzen. Nichts davon wird besser. Kein Messerverbot hat den Typen in Surling abgehalten und keine Abschiebung den Typen in Darmstadt. Mannheim war es. Mannheim. So funktioniert das System ist kaputt. Das Integrationssystem, das Migrationssystem, das Asylbewerberleistungsgesetz ist kaputt. Das muss vollkommen bearbeitet werden. Vollkommen niedergerissen und wieder aufgebaut. Damit man anständig damit umgeht. Und der Rest, wenn Leute kriminell sind, gibt es Gefängnisse. Wenn eine Gefahr ist, gibt es die Polizei. So wie schon immer. Da musst du nicht mal ein paar mehr Syrer kontrollieren. Terror wird es auch weiterhin geben. Aber Terror verhindern ist mit den Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, das wird ja sicherlich unglaublich effektiv sein, was jetzt passiert ist. Das ist alles Symbolpolitik. Messerverbote auf öffentlichen Plätzen ist Symbolpolitik. Mehr Abschiebung nach Afghanistan und nach kurzer Zeit werden die Menschen in Afghanistan wieder freigelassen mit 1000 Euro Handgeld und dann überlegen sie zurückzukommen, ist Symbolpolitik. Das ist alles Symbolpolitik. Das ändert nicht das Problem. Das Problem ist, dass das System, das System überholt werden muss, überarbeitet werden muss, neu aufgestellt werden muss. Darauf soll man sich konzentrieren, darauf muss man sich konzentrieren. Denn wir stehen alle überein damit, dass das System nicht funktioniert. Es macht keinen Sinn, sich auf Abschiebungen zu konzentrieren und es macht auch keinen Sinn, sich auf Grenzkontrollen zu konzentrieren. Das ist Symbolpolitik. Deutsche, Russen, Ukrainen, Türken, Kurden, Araber. Menschen mit Migrationshintergrund, die sich nach den Wahlen hier vielleicht nicht mehr ganz so wohlfühlen? Haben Sie manchmal persönlich so Angst vor der Entwicklung, wenn das so weitergeht? Nö, weil, wie Sie das sehen, also arbeiten und... Ich habe keine Angst, weil ich mache alles richtig und ich arbeite und ich mache alles, wie ich will. Nö, ich habe keine Angst mit niemandem. Warum? Angst. Mohamed Schamu findet manche Argumente der AfD sogar nachvollziehbar. Auf die paar Sachen hat recht, weil viele, viele, die machen auch nicht gute Sachen von der Stadt und so weiter. Weil ich würde auch so sein, weil Deutsche kommt meine Stadt und Arbeit nicht und macht Entschuldigung. Natürlich, ich gehe gegen diese Leute. Das ist normal. Zurück in Zäulenroder in der Patisserie von Doreen Bergmann. Die 48-Jährige bezeichnet sich selbst als Wende-Gewinnerin, hat ihren Laden vor 14 Jahren aufgebaut und... Das ist doch eine große Melone, du. ...weiterentwickelt. Sie will mit Optimismus gegen die AfD ankämpfen. Ich fokussiere mich immer auf das Gute. Das ist der erste Punkt. Und dann haben wir richtig mitgewippert, dass Christian Tischner im Wahlkreis Kreiz Höcke geschlagen hat. Mein Landkreis Kreiz hat sich für die Richtigen entschieden. Zack. Wenn jetzt sich keine gute Regierung bildet und Thüringen so vor sich hinwappert, die Bevölkerung weggeht, sich keine guten Leute hier ansiedeln, eine Firma hat, die sich überlegt, hier anzusiedeln, weil sie vielleicht nicht deutsche Mitarbeiter hat und dann lieber in ein anderes Bundesland geht, dann wird es wirtschaftlich hier schlechter werden. Und dann stehen wir in fünf Jahren vor einem viel größeren Problem. Das ist so meine Sorge, dass einfach nichts passiert. Dazu muss man miteinander reden. Genau das macht Doreen Bergmann im Kleinen und spricht mit allen. Egal, wie sie politisch ticken. Ob links oder rechts, ob Ossi oder Wessi. Ich denke einfach, das ist der größte Punkt oder der größte Knackpunkt. Die Leute fühlen sich einfach im Osten abgehängt vom Westen. Also vor allem die Jahre nach der Wende haben ja hier wirtschaftlich ganz große Lücken geschlagen. Und es ist ja immer noch nicht so, dass Ost und West, gerade was die Gehälter oder die Löhne betrifft, gleich behandelt werden. Und wenn das nach über 30 Jahren eben immer noch so ist, dann muss ich die Politik vielleicht doch mal fragen, was hier im Osten schiefgelaufen ist. Und meiner Meinung nach sind die Menschen mit ihren Sorgen und Nöten nicht ernst genug genommen worden. Für Doreen Bergmann ist ihre Heimat Thüringen noch nicht verloren. Sie hofft, dass mehr Besucher kommen und sich selbst ein Bild machen. Miteinander reden statt übereinander. Kommt nach Thüringen, sprecht mit uns. Und das ist... Also wenn ich irgendwo im Ausland untergebracht werde, weil mein Land Krieg ist, ich dort aber ein Arbeitsverbot bekomme, werde ich ganz bestimmt nicht anfangen, Drogen zu verkaufen oder irgendwelche Autos klauen gehen. Doch, wirst du, natürlich. Besonders wenn das drei Jahre so ist, klar. Also ich auf jeden Fall würde das machen. Wenn du versuchst, einen Job zu bekommen, klar. Den Keller einbrechen, sowas. Vollkommen nachvollziehbar. Tatsächlich nicht. Werkzeuge klauen oder so, keine Ahnung. Irgendwas, um Geld zu machen, weil du darfst ja nicht arbeiten. Über Monate, Jahre. Das wird kürzer oder länger dauern, aber es wird passieren. Bünd' ich mir. Nähstubenbesitzerin Jana Maschek hat dagegen wenig Hoffnung. Ich mach das sogar jetzt schon. Ja. Hackon macht das einfach nur fürs Gefühl, für den Kick. Das wird sich nix ändern. Zwei Bundesländer, zwei Landtagswahlen. Ein Stimmungsbild. Nicht mehr, nicht weniger. Hoffnung und Enttäuschung. Wut auf die Ampel. Angst vor Faschisten. Schwierige Zeiten für Dialog und Kompromiss. Ja, 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 ja. War eine sehr interessante Doku, muss ich sagen. Aber auch sehr belastend. In den Kommentaren. Nee, 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 nee. Nicht in die Kommentare gucken in der Sch***. Nicht bei sowas in die Kommentare gucken. Niemals in die Kommentare gucken bei so einer Sch***. Niemals in die Kommentare gucken bei so einer Sch***.